Manchmal ist es halt einfach auch gar nicht lustig, liebe Klassenkolleginnen und Klassenkollegen. Manchmal ist es sogar echt schwierig und man wäre froh, wenn jemand einem beistehen würde, der vielleicht auch ausserhalb des eigenen sozialen Systems ist, der nicht schon involviert ist, der eine neutrale Aussicht einnehmen kann und tatsächlich Vermittlungsleistungen erbringen kann, so dass liebe Schätze auch wieder zurückkehren können. Es gibt manchmal einfach auch dumme Missverständnisse, manchmal hat man auch Fehler gemacht, die man bedauert und man will den neuen Anfang ermöglichen. Ich selber habe derart viele Konflikte erlebt in meinem Leben durch meine schamanische Laufbahn. Das ist einfach wirklich gesegnet mit der Mitauseinandersetzung in dieser heutigen Kultur. Und ich kann wegen diesem Konfliktbegleitungen auch, dass man wirklich etwas ganz Gutes aus diesen besonderen Situationen machen kann. Das habe ich studiert. Ich musste einfach. Das war für mich eine Überlebensfrage. Und wenn jemand von euch meine guten Dienste in Anspruch nehmen möchte, wie ich es jetzt erläutert habe, und wie ich es auch in einem Video, das ich anschliessend noch bei euch da auch bei uns drauf posten, vorstellen, wenn jemand das in Anspruch nehmen möchte, gebt mir doch ein kurzes Zeichen. Ihr könnt mich auch direkt ohne jetzt über einen Klassenchat erreichen, sodass das Ganze auch dein Krieg sein kann. Ja, ich bin da und wenn jemand mich in Anspruch nehmen möchte, für euch mache ich das gratis. Okay, also hey, ich wünsche euch ganz eine gute Zeit, habt euch gerne und ja, manchmal gibt es auch Probleme mit dem Geld jetzt natürlich auch, mit der Krise, die Wirtschaftskrise, die jetzt auch auf uns zurollt. Tönt nicht zu warten, lange. Tönt mir anrufen, ich helfe euch mit Rat und Tat. Okay, tschüss zusammen.